Dies ist das erste Video, in dem wir über die Taten eines bestimmten Kaisers sprechen und was gibt es Besseres, als mit einem der schlimmsten römischen Kaiser aller Zeiten, Flavius Honorius, zu beginnen. Aber warum war Honorius ein so schlechter Kaiser und was genau hat er getan, das für das römische Reich so extrem katastrophal war? Nun, Freunde der spätrömischen Geschichte, finden wir es gemeinsam heraus. Wenn Sie jemanden fragen würden, wer der schlimmste römische Kaiser war, würden Sie wahrscheinlich Antworten wie Caligula, Nero, Commodus oder Caracalla bekommen. Und in der Tat, das waren wirklich schlechte römische Kaiser, die jeder auf seine Weise dem römischen Reich oder der Institution des römischen Kaisers großen Schaden zugefügt haben. Aber es gibt einen römischen Kaiser, der besonders wegen seiner Unfähigkeit und manchmal geradezu Dummheit besondere Aufmerksamkeit verdient, da es seine Taten oder häufiger Untätigkeit waren, die zum Untergang des weströmischen Reiches führen würden. Flavius Honorius war der Sohn des Kaisers Theodosius, den wir bereits einige Male erwähnt haben. Es war derselbe Theodosius, der das Christentum zur offiziellen Staatsreligion des römischen Reiches machte und die alten römischen Tempel schloss und die heidnischen Anbeter mit drakonischen Gesetzen verfolgte und belästigte. Unter der Aufsicht dieses Kaisers wurden viele der großen Tempel der Antike zerstört, zum Beispiel in Alexandra, wo christliche Fanatiker im Jahr 391 nach Christus den Serapion stürmten und viele schöne Werke der Antike zerstörten. Ein regelmäßiges Ereignis, besonders in den östlichen Teilen des Reiches und Theodosius tat nicht nur nichts dagegen, sondern begrüßte es sogar durch seine antipaganen Gesetze. Der gleiche Theodosius zog dann gegen den weströmischen Usurpator Eugen und besiegte ihn 394 bei der Schlacht am Fluss Phrygidus, wo wir im letzten Video speziell über die katastrophalen Folgen dieser Schlacht gesprochen haben. Und dieser Theodosius hatte einen Sohn, der sich als noch verheerender für das Reich erweisen sollte als er selbst. Flavius Honorius wurde im Jahr 384 nach Christus geboren und wurde bereits als Kind mit neun Jahre im Jahr 393 von seinem Vater zum Mitkaiser gemacht. Nach der Schlacht am Fluss Phrygidus wurde er dann als weströmischer Kaiser eingesetzt, während sein ebenfalls recht junger Bruder Arkadius den Osten regieren würde. Theodosius starb bereits 395 und hinterließ nur seine beiden Söhne als Kinderkaiser des römischen Reiches. Es ist verständlich, dass Theodosius eine theodosianische Familiendynastie etablieren wollte, die über das Reich herrschen sollte. Aber Kinder als Herrscher über das mächtigste Reich der damaligen Welt zu haben, war vielleicht nicht die beste Idee. Natürlich teilten Honorius und Arkadius das Reich sofort nach dem Tod ihres Vaters in einen östlichen und einen westlichen Teil, was später zu großen Problemen führen würde, da diese beiden Reiche nicht immer im besten Interesse des anderen handeln würden. Die Teilung des Reiches ist für mich tatsächlich ein wesentlicher Faktor für seinen Untergang. Glücklicherweise für das westliche Reich fungierte jedoch Flavius Stilicho, der sehr fähige Magister Militum des Westens, als Mentor für Honorius und war im Grunde genommen der effektive Herrscher des westlichen Reiches von 395 bis zu seinem Tod im Jahr 408 nach Christus. Stilicho nutzte, was zu dieser Zeit möglich war, und verteidigte das westliche Reich mehrmals mit erstaunlichem Erfolg gegen germanische Eindringlinge. Er besiegte gotische Eindringlinge unter König Alarich 402 nach Christus, eine weitere gotische Armee unter Radagaisus 405 nach Christus und eine Vandalenarmee im selben Jahr. Und dann die Goten ein weiteres Mal im Jahr 406 nach Christus, wodurch er Italien und die Stadt Rom effektiv vor einer vollständigen Katastrophe bewahrte. Dies ist der Zeitpunkt, an dem wir einen der letzten römischen Triumphe gefeiert hätten für einen römischen Kaiser in Rom. Im Jahr 403 nach Christus würden Stilicho und Honorius mit großem Pomp in Rom einziehen. Der Dichter Claudius Claudianus hielt ein großes Lobgedicht auf Stilicho und zu seinen Ehren wurde eine Statue in der Form von Trajan errichtet. Hier konnten wir die letzten offiziell aufgezeichneten Gladiatoren-Spiele im Amphitheatrum Flavium allgemein bekannt als das Kolosseum beobachten. Jedoch wird angenommen, dass sie noch einige Jahrzehnte lang inoffiziell fortgesetzt wurden, da Valentinian III. sie im Jahr 438 erneut verbieten musste. Honorius ließ auch die Mauern von Aurelian im Jahr 403 um einige Meter erhöhen, was das letzte weltliche Bauprojekt im kaiserlichen Rom war, aber sieben Jahre später sollte es sich als nicht allzu nützlich erweisen. Honorius blieb einige Monate im Palast der Cäsaren auf dem Palatinhügel, bevor er in das sicherere Ravenna zurückkehrte. Als ob er das Schicksal der ewigen Stadt voraussehen würde. Dies waren die letzten Glanzjahre der Stadt Rom, in denen wir sie zum letzten Mal in einem prächtigen Licht sehen konnten und in denen die Tempel und alle Gebäude noch herrlich und intakt waren. Nur sieben Jahre später würde die Kette von Katastrophen für die Stadt bereits beginnen, wie wir sehen werden, aufgrund der Handlungen von Honorius, die ihren langen und langsamen Verfall einleiten würden. In der Zwischenzeit waren die Kräfte von Stilicho dünn gestreckt und er konnte nicht alle Probleme des Reiches lösen. So gelang es einem großen Verband germanischer Stämme, Ende Dezember 406 nach Christus den Rhein zu überqueren, worüber wir im letzten Video gesprochen haben. Dies wurde bereits als Makel in Stilichos ansonsten ziemlich makelloser Karriere wahrgenommen. Aber jetzt bereitete Stilicho laut einigen Quellen das weströmische Heer auf eine gemeinsame Operation mit Alarich gegen das oströmische Reich vor, um den östlichen Teil von Illyrien für das weströmische Reich zu erlangen, da diese Provinz ein starkes Rekrutierungsgebiet für neue Truppen war und Stilicho dringend neue Rekruten brauchte. Dies wurde vom Senat von Rom als Stilichos Wunsch gesehen, gemeinsame Geschäfte mit Alarich zu machen, dem Feind Roms. Aber die Rebellion und der Rückzug von Konstantin III. aus Vereinigtes Königreich, über die wir auch im letzten Video gesprochen haben, machten es Stilicho unmöglich, diese Operation durchzuführen. Als Folge davon revoltierte Alarich und forderte Gold mit der Drohung, Italien zu invadieren. Stilicho drängte den Senat von Rom, diesen Forderungen nachzugeben, was ebenfalls in einem sehr ungünstigen Licht gesehen wurde. Dann gab es zusätzliche Gerüchte, dass er geplant hatte, den östlichen römischen Magister Militum Rufinus zu ermorden. Wie viele dieser Gerüchte wahr waren oder nicht, wissen wir nicht. Aber was wir mit hoher Sicherheit wissen, ist, dass Hunurius sie glaubte. Abonnieren Sie diesen Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um keine Videos zum späten römischen Reich zu verpassen. Warum ist es gefallen, wie ist es gefallen und was hätten Sie damals als Augenzeuge gesehen? Und Sie können unsere Arbeit jetzt sogar auf Patreon unterstützen oder indem Sie ein YouTube-Mitglied werden, damit wir noch viele Jahre lang viele Videos über das späte römische Reich machen können. Dem Minister Olympius war es gelungen, das Vertrauen von Hunurius zu gewinnen und man nimmt an, dass er selbst und einige andere hochrangige Mitglieder des Kaiserpalastes in Ravenna den Sturz von Stilicho planten. Stilicho war nach dem Tod von Arkadius in Konstantinopel, um die Beziehungen zwischen dem östlichen und westlichen Reich zu verbessern und den Übergang zur Herrschaft von Theodosius de Zweiken zu unterstützen. Es sollte hier kurz erwähnt werden, dass Arkadius genauso unfähig war wie sein Bruder und ich werde wahrscheinlich auch ein Video machen, in dem ich ihn kritisiere, da es unfair wäre, nur Hunurius zu kritisieren. Während Stilicho also in Konstantinopel war, gelang es Olympius Hunurius davon zu überzeugen, dass Stilicho vorhatte, Theodosius de Zweiken zu ermorden und seinen eigenen Sohn Eucharius auf den östlichen Thron zu setzen. Der schwache und unsichere Hunurius glaubte diesen Gerüchten und ließ den Magister Militum bei Stilichos Rückkehr nach Ravenna verhaften und am 22, August 408 nach Christus, hinrichten. So viel Roms großer Beschützer. Stilicho wird in einem separaten Video behandelt. Obwohl er tatsächlich sehr erfolgreich darin war, Italien zu schützen, muss auch darauf hingewiesen werden, dass er zwei große Fehler gemacht hat. Erstens, Alarich und seine Westgoten nicht ein für allemal entscheidend zu besiegen, sogar mit Alarichs Hilfe Illyrien vom Osten wegnehmen zu wollen. Und zweitens, die Invasion von Gallien nach 406 nach Christus nicht gestoppt oder zumindest versucht zu verteidigen, was vielleicht noch möglich gewesen wäre, hätte er schnell gehandelt. Aber stattdessen entschied er sich, Gallien völlig zu vernachlässigen und bereitete seine Truppen auf diese gemeinsame Operation mit Alarich vor, um Illyrien für das Weströmische Reich zu gewinnen. Hätte Stilicho diese Entscheidungen nicht getroffen, ist es sehr wahrscheinlich, dass er nicht in Ungnade gefallen wäre und die Geschichte des Weströmischen Reiches hätte ganz anders aussehen können. Aber während wir zumindest teilweise die Denkweise von Honorius verstehen können, würde jetzt die wahre Dummheit und Bosheit dieses Kaisers durchscheinen. Er ließ nicht nur Stilicho töten, sondern auch seinen Sohn Eukarios und alle. Von Stilichos Verbündeten tötete Schlüsselpersonen und ordnete die Beschlagnahme des Eigentums von jedem an, der irgendein AMT bekleidet hatte, während Stilicho im Kommando war. Es sollte erwähnt werden, dass Honorius die ganze Zeit über mit Temantia verheiratet war, einer Tochter von Stilicho, sie muss sicherlich sehr unglücklich über diese Ereignisse gewesen sein. Zumindest hat er sie nicht ermordet. Andere hatten jedoch nicht so viel Glück, da Honorius anordnete, dass auch die Familien der Föderati-Truppen von Stilicho massakriert werden sollten. Dies war ein echtes Pogrom gegen die Familienmitglieder der germanischen Föderati-Truppen von Stilicho, insbesondere in Rom, was dazu führte, dass sie in großer Zahl zu Allerich und seinen Westgoten überliefen. So hatte Honorius mit dieser bösen und dummen Tat die Westgoten noch stärker gemacht. Als er hörte, dass Rom seines großen Beschützers beraubt worden war, kehrte Allerich im Oktober 408 nach Christus nach Italien zurück, um mehr Gold und Land zu beanspruchen, um sich dort als Föderati des Reiches niederzulassen, was Stilicho ihm versprochen hatte. Und dort war er nun, nur fünf Jahre nach dem Triumph in Rom von 403 nach Christus, die ewige Stadt war plötzlich von Allerich belagert. Wie viel kann sich in nur fünf Jahren ändern? Eine Hungersnot traf die Stadt. Als sich die Situation verschlechterte, beschloss der Senat, Allerich mit 5000 Pfund Gold und 30.000 Pfund Silber abzufinden. Danach würde die Stadt noch zweimal von Allerich belagert werden und hier würden wir zum ersten Mal die später übliche Praxis sehen, dass ein römischer Kaiser von germanischen Eindringlingen ausgerufen wird. Priskus Attalus wurde von Allerich zum Gegenkaiser von Honorius gemacht, was den Senat von Rom zwang, diesen neuen Kaiser zu akzeptieren, unter Androhung der Plünderung der Stadt, wenn nicht. Attalus versprach seinerseits, Stilichos Vertrag zu erneuern, den Westgotenland in Italien zu geben und sie zu Föderati zu machen. Unterdessen saß Honorius untätig in seinem befestigten Ravenna, das viel sicherer war als Rom, da es im Westen von Sümpfen und im Osten vom Meer umgeben war. Aber anstatt eine Armee aufzustellen und Allerich anzugreifen, war Honorius in Ravenna untätig. Und wenn er einige Entscheidungen traf, stellten sie sich meistens als die Falschen heraus. In diesen zwei Jahren zwischen 408 und 410 passierten viele verrückte Dinge, aber dafür bräuchten wir ein ganzes Video. Aber was gesagt werden kann, ist dies. Aufgrund der Untätigkeit und falschen Entscheidungen von Honorius wurde Rom im August 410 von Allerich und seinen Visigotten geplündert, was Schockwellen durch das Reich senden und einen vernichtenden Schlag für die römische Moral bedeuten würde. Die Stadt war seit 800 Jahren nicht geplündert worden und für viele Zeitgenossen galt dies als das Ende der Welt, die Endzeit. Einen so apokalyptischen Charakter hatte dieses Ereignis. Rom würde nun seinen langen und brutalen Niedergang beginnen, der es innerhalb von nur wenigen hundert Jahren von der schönsten Stadt der Welt in einen kleinen bewohnten Kern verwandeln würde, der von einem Feld von Ruinen umgeben ist. Ich habe in diesen Videos hier ausführlich über den Zustand von Rom in jenen Zeiten gesprochen. Wie Honorius auf die Plünderung von Rom reagierte, hat der oströmische Historiker Prokorpius von Caesarea eine schöne, wenn auch etwas übertriebene Geschichte über dieses Ereignis. Wir können in Prokorpius' Werk den Vandalenkrieg lesen. Zu dieser Zeit sagen sie, dass der Kaiser Honorius in Ravenna die Nachricht von einem der Eunuchen, offensichtlich einem Hüter des Armseligen, erhalten hat, dass Rom untergegangen ist. Und er schrie auf und sagte, und doch hat es gerade aus meinen Händen gefressen, denn er hatte eine sehr große Henne namens Rom. Und der Eunuch, der seine Worte verstand, sagte, dass es die Stadt Rom war, die in den Händen von Allerich untergegangen war. Der Kaiser antwortete schnell mit einem erleichterten Seufzer, aber ich befürchtete, meine Henne Rom wäre tot. So groß, sagen sie, war die Torheit, von der dieser Kaiser besessen war. Auch wenn es ziemlich wahrscheinlich ist, dass diese Geschichte erfunden ist oder vielleicht nur einen Funken Wahrheit enthält, zeigt sie doch, was die Menschen von Honorius' Torheit und seiner Unfähigkeit als Herrscher hielten. Aber auch die Situation anderswo sah nicht viel besser aus. Wir erwähnten bereits, dass viele germanische Stämme 406 nach Christus Gallien überfielen. Sie verwüsteten viele Städte in Gallien, und zogen nach 409 weiter südlich nach Spanien. Vereinigtes Königreich wurde aufgegeben, als Konstantin III um 408 nach Christus alle römischen Truppen von dort abgezogen hatte, vollständig sich selbst überlassen wurde und in den folgenden 100 Jahren schnell ins dunkle Zeitalter abglitt. Unterdessen erhoben sich zwei andere Usurpatoren gegen die kaiserliche Autorität, nämlich ein Gerontius und ein anderer namens Maximus in Spanien. Und es hätte schon viel früher passieren können, dass das weströmische Reich gefallen wäre, hätte Honorius nicht das Glück gehabt, in Gestalt von Konstantius de Dardate einen neuen, sehr fähigen Magister Militum zu finden. Konstantius gelang es, alle drei Usurpatoren zu besiegen, aber natürlich töteten die Römer anstatt gegen die Barbaren zu kämpfen, einander zu Tausenden, was das bereits geschwächte römische Militär stark schwächte, was auf Befehl von Honorius geschah. Im Jahr 414 griff Konstantius Ataulf an, den Bruder des nun toten Allerich, der Priskus Atalus erneut zum Kaiser ausgerufen hatte. Konstantius trieb Ataulf nach Spanien und Atalus, der erneut die Unterstützung der Westgoten verloren hatte, wurde erneut gefangen genommen und abgesetzt. Im Jahr 417 n. Chr., dem Jahr des 11. Konsulats von Honorius und dem zweiten von Konstantius, betrat der Kaiser Rom im letzten jemals aufgezeichneten Triumph in Rom mit Atalus an den Rädern seines Wagens. Es muss ein trauriger Anblick gewesen sein, dieser letzte Triumph eines römischen Kaisers in der Stadt Rom, sieben Jahre nachdem die Stadt brutal geplündert worden war. Die Bevölkerung bereits mehr verarmt, einige Gebäude beschädigt und dieser unfähige Kaiser, der auf einem Wagen durch die gedemütigte Stadt fährt und vorgibt, der Retter Roms zu sein, als er es war, der es zugelassen hatte, dass die Stadt geplündert wurde. Honorius verbannte Atalus dann auf die Insel Lipera. Unterdessen rückten die Franken im Nordosten Gallien vor und etablierten dort eine feste Herrschaft, während ein im Jahr 418 n. Chr. unterzeichneter Vertrag den Westgoten Südwest-Gallien das ehemalige Gallier Aquitania zusprach. Man kann also sagen, dass es Konstantius zwar gelungen war, die Westgoten unter Ataulf zu besiegen, es ihm jedoch nicht gelungen war, diese germanischen Eindringlinge wieder aus dem Reich zu vertreiben. Zu diesem Zeitpunkt war die römische Armee bereits zu weit geschwächt und die ständigen Bürgerkriege gegen die Usurpatoren verschlimmerten diese Situation erheblich. Im Jahr 417 heiratete Konstantius dann Honorius' Schwester Galla Placidia. Im Jahr 421 erhob Honorius Konstantius zum Rang eines Mitkaisers. Als jedoch die Ankündigung seiner Erhebung nach Konstantinopel geschickt wurde, weigerte sich Theodosius II. ihn anzuerkennen. Konstantius, wütend, begann mit den Vorbereitungen für einen militärischen Konflikt mit dem östlichen Reich, aber er starb Anfang 422, bevor er beginnen konnte. So hätte Konstantius, der ein sehr fähiger Kaiser des weströmischen Reiches hätte sein können, starb zu früh. In seinen letzten Jahren soll Honorius angeblich eine körperliche Anziehung zu seiner Halbschwester Galla Placidia entwickelt haben und um seinen unerwünschten Aufmerksamkeiten zu entkommen, flohen Galla Placidia und ihre Kinder. Der zukünftige Kaiser Valentinian III. und seine Schwester Honorina nach Konstantinopel. Aber Honorius erkrankte im Jahr 423 und starb in diesem Jahr. Seine Herrschaft war für diese Zeit ungewöhnlich lang, 28 Jahre, und es war auch ziemlich ungewöhnlich, dass ein Kaiser dieser Zeiten keinen gewaltsamen Tod starb. Unter seiner langen Herrschaft ging das römische Reich von diesem zu diesem Zustand über. Britannien ging verloren, Gallien und Spanien wurden überrannt und quasi unabhängige germanische Königreiche hatten sich auf dem Territorium des weströmischen Reiches gebildet. Rom wurde geplündert und ich möchte gar nicht erst über seine antipagane Politik anfangen. Ich habe bereits ausführlich in diesem Video hier darüber gesprochen. So war es also während seiner entscheidendsten Jahre, von 395 bis 423, dass ein äußerst schwacher und unfähiger Herrscher der Kaiser des weströmischen Reiches war. Hätte es während dieser Jahre einen Mann vom Kaliber eines Aurelian oder Majorian auf dem westlichen Thron gegeben, hätte das westliche Reich diese Krise durchaus überleben können. Aber stattdessen bekam das Reich den schwachen und unfähigen Honorius und unter seiner Herrschaft begann es sich aufzulösen, sodass spätere Kaiser große Schwierigkeiten hatten, den Schaden, der während seiner Herrschaft angerichtet worden war, rückgängig zu machen, so sehr, dass es irgendwann fast unmöglich wurde, das Imperium zu retten. Wir hatten fähige Kommandanten wie Aetius, die ihr Bestes versuchten, oder Heldenkaiser wie Majorian, aber das Reich war unter der Herrschaft von Honorius so stark beschädigt worden, dass seine Wiederherstellung eine äußerst schwierige Herausforderung geworden war und es hätte einen extrem hohen Grad an Glück erfordert, um dies zu erreichen. Glück, dass die späteren Magister Militums oder Kaiser, die versuchten, das Reich wiederherzustellen, einfach nicht hatten. Konstantius de Derta hätte das westliche Reich stabilisieren können, aber er starb zu früh im Jahr 422 und bereits drei Jahre später wurde Valentinian III. Sohn von Galla Placidia, Enkel von Theodosius, wieder als Kind weströmischer Kaiser und er würde sich als ebenso unfähig und schwach erweisen wie die Söhne von Theodosius vor ihm und diese schwache Linie von Kaisern fortsetzen. Wir werden in einem anderen Video über Valentinian III. sprechen, aber seine Herrschaft war auch sehr lang und er machte viele Fehler, die durchaus mit denen von Honorius vergleichbar waren. So hatte das weströmische Reich in der entscheidendsten und wichtigsten Zeit sehr schwache Herrscher in Form von Honorius und Valentinian III., aber besonders während der Herrschaft von Honorius begann das westliche Reich seine langsame 80-jährige Todespirale. Es waren seine Taten oder manchmal deren Fehlen, die Tötung von Stilicho, das Pogrom gegen die Familien der Föderati von Stilicho, das die Westgoten noch stärker machte, die Untätigkeit bei den Belagerungen und schließlich die Plünderung Roms und seine Konzentration auf die Niederlage der Usurpatoren, anstatt die Barbaren in Gallien zu besiegen, die sich als Todesurteil für das weströmische Reich erweisen würden. Honorius hat sich daher zu Recht den Titel eines der schlechtesten Kaiser in der Geschichte des römischen Reiches verdient. Allerdings sollte ich auch einige entlastende Worte zu Honorius hinzufügen, schließlich war er nur ein Kind, als er Kaiser wurde und nicht jeder ist dazu geeignet, ein Kaiser zu sein. Er wurde früh von anderen beeinflusst und es ist durchaus wahrscheinlich, dass viele seiner mächtigen Minister wie Olympius Ien manipulierten und er, da er nicht willensstark war wie ein Aurelian oder ein Manchurei, ließ sich von anderen regieren. Schließlich war es Olympius, der hinter dem Attentatsplan auf Stilicho stand und höchstwahrscheinlich auch hinter den Pogromen. So können wir also auch Mitleid mit Honorius haben. Denn vielleicht wollte er nie Kaiser sein, sondern wurde nur in die schlimmstmögliche Zeit hineingeboren und wer weiß, wie es uns ergangen wäre, wären wir als Kind in diese Lage hineingeboren worden. Äußerst schwierige Position, in der er sich befand. Ich würde sicherlich nicht mit ihm tauschen wollen. Er hatte wirklich Pech, in dieser schlimmstmöglichen Zeit für das Römische Reich Kaiser zu sein und er war einfach nicht dazu gemacht, Kaiser zu sein. Vielleicht sollten wir also, statt wütend zu sein, Mitleid mit ihm haben. Danke fürs Zuschauen, liebe Zuschauer, und besonderer Dank an unsere Patreon- und YouTube-Mitgliedschaftsunterstützer. Ihr Leute seid großartig und das gesamte Majorianus-Team ist super dankbar für eure Unterstützung. Ich denke gerne, dass Majorian selbst stolz wäre. Überlegen Sie bitte, diesen Kanal auf Patreon zu unterstützen, falls Sie dies noch nicht getan haben. Denn so können wir bessere Animationen und individuelle Zeichnungen für diesen Kanal erstellen. Sie können jetzt direkt YouTube beitreten. Sowohl Patreon als auch die YouTube-Mitgliedschaft bieten Ihnen viele Vorteile, wie zum Beispiel exklusiven Zugang zu unserem Discord-Server und für höhere Ränge sogar die Möglichkeit, Themen vorzuschlagen oder an exklusiven Livestreams teilzunehmen. Und dieses Video wird am besten in Verbindung mit dem vorherigen Video gesehen, in dem wir ausführlich über die Überquerung des Rheins im Jahr 406 nach Christus gesprochen haben zu ihrer Rechten oder wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie die römischen Grenzen nördlich der Alpen zusammenbrachen, können Sie das andere Video rechts anschauen. Ich sage nochmals Danke an alle Freunde der römischen Geschichte und an alle, die wie ich absolut besessen vom spätrömischen Reich sind. Danke, Freunde des römischen Reiches und auf Wiedersehen.